Unglaublich! Jüngsten Ereignisse rund um den Besuch von Bundespräsident Steinmeier am Holocaust-Denkmal in Berlin haben zu Kontroversen, Diskussionen und Spekulationen geführt. Die Viralität der Nachricht, die sowohl Steinmeier als auch den französischen Präsidenten Macron betrifft, hat die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen und Fragen nach angemessener politischer Repräsentation und historischem Respekt aufgeworfen. In dem Video, das sich schnell verbreitet hat, wird behauptet, dass Steinmeier das Denkmal gemeinsam mit seiner Frau und dem Ehepaar Macron besuchte. Die Fotos und der begleitende Kommentar legen nahe, dass die Gruppe sich in einer entspannten und scheinbar fröhlichen Stimmung befand. Dieser Besuch hat Empörung ausgelöst, da er als unangemessen oder respektlos gegenüber dem Gedenken an die Opfer des Holocaust empfunden wurde. Besonders heikel ist die Tatsache, dass der Besuch aufgrund der jüngsten politischen Entwicklungen in Europa stattfand. Macron hatte zuvor kontroverse Äußerungen gemacht, in denen er die Idee einer Militäraktion gegen russisches Territorium in Betracht zog. Diese Äußerungen lösten bereits internationale Spannungen aus und wurden von einigen als bedrohlich für die Sicherheit und Stabilität in der Region angesehen. Der Besuch am Holocaust-Denkmal inmitten dieser politischen Kontroverse hat die Wahrnehmung von Steinmeiers Handeln verstärkt. Die Diskussionen in den sozialen Medien und darüber hinaus waren vielfältig. Einige verteidigten Steinmeier und argumentierten, dass der Besuch am Denkmal Teil einer diplomatischen Geste zwischen Deutschland und Frankreich sei und nicht als respektlos angesehen werden sollte. Andere hingegen kritisierten das Verhalten der Politiker und forderten eine klare Distanzierung von den Äußerungen Macrons sowie eine reflektierte und angemessene Reaktion auf die politischen Entwicklungen. Es ist wichtig anzumerken, dass der Kontext und die Umstände des Besuchs nicht vollständig geklärt sind. Es ist möglich, dass die Fotos und der begleitende Kommentar eine unvollständige oder verzerrte Darstellung der Ereignisse bieten. Dennoch verdeutlicht die Reaktion der Öffentlichkeit auf diese Bilder die Sensibilität und Bedeutung des Gedenkens an den Holocaust sowie die Erwartungen an politische Führungspersonen im Umgang mit historischen Symbolen und Erinnerungsorten. Insgesamt hat der Vorfall um Steinmeiers Besuch am Holocaust-Denkmal eine breite Debatte über politische Verantwortung, historischen Respekt und angemessene diplomatische Gesten ausgelöst. Es bleibt abzuwarten, wie die politischen Akteure auf diese Diskussionen reagieren und welche Konsequenzen sich daraus ergeben werden.